Yo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Aktuell gibt es ja noch nicht so viel Neues zu berichten, deswegen habe ich mir gedacht, was gibt es eigentlich für Secrets im Game? Darüber habe ich noch gar nicht gesprochen, das interessiert mich selber auch. Welche Secrets gibt es im Game? Vielleicht Referenzen zu älteren Spielen? Und da sind wir hier auch direkt beim ersten. Und zwar ist hier ein Wegpunkt, den man nicht aktivieren kann. Genau über den Feldern des Hasses, hier oben drüber, gibt es einen Wegpunkt, den man nicht aktivieren kann. Und die soll wohl die erste Stadt sein, die man im zweiten Akt von Diablo 3 betritt. Und ich muss sagen, ja, es sieht sehr ähnlich aus wie die Stadt aus dem zweiten Akt von Diablo 3. Finde ich ein sehr cooles Secret, dass das ist. Ist mir vorher nicht aufgefallen. Habe ich auch erst mit der Recherche durch dieses Video überhaupt gefunden, dass es hier einen Wegpunkt gibt, den man nicht aktivieren kann. Finde ich ganz cool. Wusstet ihr das? Direkt zu Beginn des Spiels findet man eine andere Referenz, diesmal zu Diablo 2. Weil hier dieses um dem Lagerfeuer rumsitzen und stehen, gab es 1 zu 1 genauso auch in Diablo 2. Hier sieht man das ganz schön. In Diablo 2 war es auch so, man hatte ein Lagerfeuer und die ganze Riege stand drumrum. Finde ich ganz cool, dass das so übernommen wurde von Diablo 2. Als nächstes haben wir wieder eine Referenz zu Diablo 2. Und zwar der ganze Fähigkeitsbaum hier. In Diablo 4 sieht das ja so aus mit den Fähigkeitspunkten. Ihr kennt das vom Magier mit den Wegen, die man hier entlang gehen kann. Und das war in Diablo 2 ganz ähnlich. So sah der Fähigkeitsbaum bei Diablo 2 beim Magier aus. Auch relativ ähnlich. Man hatte immer so einen Weg nach unten und konnte dort seine Level drauf platzieren. Finde ich auch ganz cool, dass man das so ein wenigstens ein bisschen, bisschen modern natürlich, aber so von Diablo 2 übernommen hat. Hier gab es auch die Unterscheidung zwischen Feuer, Blitz und Kältezauber. Das hat sich also alles gar nicht geändert. Das gibt es ja auch ähnlich auch in Diablo 4. Nur halt nicht mit dieser Unterteilung, sondern halt mit diesen Wegen, die man nicht lang gehen konnte. Und hatte dann auch viele Dinge, die es auch in Diablo 2 gab, wie zum Beispiel den Feuerball oder andere Fähigkeiten. Also auch wieder ein sehr cooles Gimmick aus Diablo 2. Ihr habt bestimmt schon mal hier in der Stadt, in Kyowashat, die Hunde gesehen. Wir sind überall in der Welt verteilt. Und gerade zu Beginn des Spiels haben sich die Spieler gewünscht, dass man diese Hunde auch streicheln kann. Und das geht tatsächlich. Und zwar müsst ihr an den Hunden herangehen. Und dann Hallo. Grüße. So, man muss noch ein bisschen näher ran. So, dann streichelt ihr den. Und dann läuft euch auch ein bisschen eine Zeit lang hinterher. Finde ich auch ganz cool. Wusste ich auch nicht. Habe ich auch in Vorbereitung auf dieses Video erst rausgefunden. Finde ich ganz cool, dass man den Hund jetzt begrüßen kann. Dann noch ein kleines Secret. Da hatte ich letztens schon mal ein ganzes Video zu gemacht. Und zwar diese Keller hier können sowohl ein Schlechter als auch Goblins beinhalten. Wenn ihr da um Näheres zu wissen wollt, schaut euch auf jeden Fall nochmal das Video an von letztens. Es ist möglich zu einer geringen Chance, irgendwas zwischen 1 und 2% in so einem Keller hier auf 3 Goblins zu treffen. Also auf jeden Fall ab und zu auch mal in die Keller gucken und schauen, ob ihr da den ein oder anderen Goblin oder vielleicht auch einen schlechter findet. Natürlich gibt es noch jede Menge anderer Secrets, wie zum Beispiel wiederkehrende Endbosse und wiederkehrende Items und Waffen. Die wollte ich jetzt hier mal rauslassen, weil ich nicht spoilern wollte. Wenn ihr noch weitere Sachen habt, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, ob ihr dann auch andere Sachen vielleicht selber entdeckt habt. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal Leute. Lasst ein Follow auf den Kanal da, ein Like auf dem Video, haut rein.